so hallo hier ist euer Leon Elektronik heute mal wieder unterwegs auf dem Fahrrad Richtung Eldersdorf und wir schauen uns jetzt mal die neue Fahrradbrücke an. Kommt mal mit. Jetzt fahren wir gemeinsam auf die neue Fahrradbrücke. Man sieht sie da schon. Da fahren wir jetzt mal raus. Wir gucken uns mal die neue Fahrradbrücke an. Wir schauen uns an. das ist die neue fahrradbrücke bei eldersdorf ganz neu gebaut sieht schön aus hat auch schönem bogen ganz toll und fahrrad immer wieder runter so ein blick auf die schöne brücke die wir da haben und hier das sieht man hier ist die autobahn und hier ist die autobahn und da ist die gleiche dass ich da drüben ist die zugbrücke und ist genauso gleich gebaut wie die hier also habt ihr die neue brücke gesehen und wir sehen uns bei der nächsten location